ich bin ganz tief geflogen so wieder ausschaut darf ich speichern ich darf speichern ich will speichern autosave 1 ist echt so gut nur gut da bin ich auf jeden fall mal gespannt fliegen 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 wie gesagt das mache ich auf jeden fall sollte es eigentlich passen ich denke mal wir müssen auf jeden fall ein bisschen was regeln vielleicht landen bomben abwerfen ich habe keine ahnung aber wir können daher fliegen doch ich drücke jetzt weh ich kann doch schneller fliegen okay das sehe ich nämlich gerade unten links ja ach so ja der ist doch oder was looping da sind die jungs ja wieder so einmal hinten dran hängen dann fliegen wir in irgendeine richtung ich habe keine ahnung wohin aber wir fliegen ich hoffe ich mal in irgendeine richtung und so vollgas hinterher ziehen also langsam wird es nervig wirklich gescheit bremsen oder sowas kann ich nun nicht aber ja irgendwie ein bisschen hinterher fliegen sollte es halt schon passen ja was soll ich denn machen so ein bisschen höher ja er ist die leitmaschine damit ist mir schon klar formations fliegen ja ist auch nicht so schlecht aber dazu muss ich punkt 1 erstmal rankommen spiel gespeichert sehr schön ich glaube ich hätte einfach nur schnell aufschließen müssen aber ich weiß nicht was die für komische kaiser gedreht haben ach so die haben bestimmt nach dem typen gesucht oder wir steigen mal ein bisschen das war auch den ihre höhe zu müssen sind ist das jetzt drei oder autosaf 3 interessant dass das heißt wir einfach so heißt ja gut es gibt doch keinen möglichen namen ja gut wir wollen das halt machen flug über die insel oder das macht halt denn schon sinn das war auf jeden fall ein satz im dicks ja super ich habe den funkturm halt nicht gekriegt passiert wenn die steuerung bisschen besser wäre fliegen ok jetzt ist er kaputt super ok ich denke mal das wird eine neue mission werden dass das da unten einmal alles kaputt machen sollen wollte machen zerstöre die japanischen bombe ich muss ja doch mal zerstöre die ziele in der lagune muss soll die wirkt doch kaputt machen das sollte ja eigentlich kein thema sein oh hoppala scheiße zu tief in die steuerung ist aber nun mal kacke das kann man halt nicht anders sagen aber gut egal auch ein neues so dann liegen wir gleich mal die redden insel irgendwie von rechts und versuchen mal den dinge kaputt zu machen den funkturm dass sie kein keine verstärkung anfordern können da hinten ist der funkturm in der hoffnung dass es funktioniert so geben wir mal ein bisschen gas weil jetzt fliegen wir die genau geradeaus drauf zu vielleicht sogar ein bisschen tief so speichern ich würde sagen das ist auf jeden fall ein erfolg so das ding haben wir schon mal gesaved sehr schön so und dann war ja hier irgendwo oder waren hier die bombe ja ok versuchen wir einmal denn hier auch irgendwie zu drehen irgendwie ist die ist die devise was ich denn versuchen kann noch mal gerade auf die bombe halt drauf zu halten darauf hat zu halten kann so ja macht sinn so fast strömungsabriss so zack 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 das ding nehmen wir noch mit und dann ziehen wir einfach mal da oben und jetzt meiner und dann waren links noch was von mir aber ist halt gar nicht mal so schlecht finde ich jetzt halt das nutzen wir noch mal zum speichern wie gesagt ist halt alles muss jetzt nicht sein das noch mal zu spielen ähm ähm schau wie hier hu hopp hopp okay da muss ich erstmal überlegen wie ich an die flieg am besten von hier würde ich jetzt mal schätzen ich könnte auch von oben an fliegen eigentlich ne schönen sturzflug aber den kriegen ich habe obwohl strömungsabriss ist eigentlich nur wenn du zu schlecht steigst so so boot hoch ja scheiße war klar laden äh zack zack so diesmal wenig sind wir schlauer ja fliegen wir nämlich einfach von hier an und können bisschen länger drauf halten so zack ziehen wir nochmal von geradeaus dann rum fliegen wir halt hinter der hinter dem berg nochmal eine linksschleife ein web turn dann passt es hu ja ist okay so dann sollten die nämlich auch geschichte sein was uns jetzt reicht ich muss das ding nicht landen oder? ja da sind sie habt sie es jetzt? okay sie haben es so einmal hinten dran hängen spiel gespeichert sehr schön alles klar ja ich hab zwar kaum noch munition er hätte mir fast in die hosen gemacht aber ich bin noch da over freundlich willy alles klar da hinten naja ich bin zwar kein flieger okay boy aber ja wir gehen over okay genug gefladert nach vorne ist unsere flotte wir müssen Tommy herunter bringen ich bring sie runter kleiner keine sorge over captain es gibt neues von der independence eine pb y hat dann hier entdeckt wir holen die radarn fort kursa rick over ja ach aber etwas ist seltsam wir haben keinen sichtkontakt zu uns over wie könnt ihr doch aussehen over das ist das ja soll ich dir sagen was du glaubest over das ist nicht ein ernst bitte zum ankommen lassen over das ist die und die verheirat die haben uns gesehen wenn wir abdrehen führt ihr sie zu unseren schiffen uns bleibt keine wahl wir müssen ihn die hölle heiß machen kümmert euch zuerst um den zerstörer die heroes dürfen nicht starten mike team haltet uns die jäger vom hals füttern roger captain es regelt die bomben wir brauchen eines was wir haben Tommy du hast vier bomben und alles auf Bildung sei sparsam haltet uns einbruch over okay da muss gespeilt werden da muss halt wirklich gespeilt werden eckige klappe wo soll ich denn eckige klappe keine ahnung 7 8 keine ahnung also wir sollen uns ja erstmal den flugzeugträger da vornehmen damit die dinge nicht starten können macht natürlich sinn ja klar schalte den japanischen träger aus dann schalte den japanischen schnäftstörer aus solange ich dazu nicht die äh torpedos und die bomben brauchen wäre es natürlich geil ähm wenn es halt relativ einfach denn vonstatten geht so okay das war ein satz mit ich sag keine ahnung da muss ich gleich mal in eine steuerung reingucken äh ich will nicht sagen aber mein ding ist es gleich kaputt mein kann ich das ding überhaupt zu kaputt machen ist jetzt so die frage hm also mit mein bisschen hp werde ich da auf jeden fall keinen blumentopf oder sonst irgendwas gewinnen wo sie dazu sagen äh was ich jetzt erst mal gucken muss ist äh öppen äh steuerung äh objekt benutzen bla 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 vielleicht läuft was hin du ja das heißt ich kann auch mal aus rau mausrad okay das geht das heißt mit f mit mitten mit maustaste vier werde ich wahrscheinlich die dinge zu denn machen können das müssten die bomben sein so dann holen wir uns erst mal den flugzeugträger mit dem bomben ab der torpedo wird wahrscheinlich für ihn zerstörer dann funktionieren steigen wir ein bisschen so keine ahnung ich glaube das hat nicht ganz so funktioniert nichtsdestotrotz wir haben irgendwie so ein kleines problem jetzt würde ich mal sagen aber wir haben immerhin dinge getroffen das flugfeld starter feld guter ding ist ja nein vorbei scheiße das natürlich anlage ich habe wieder nur 37 was ist denn los mit den ich dachte wir sollen uns sehen ja ist doch klar ich dachte die sollen die ding ist von uns halten er ist das nervig ist das lächerlich es ist halt so lächerlich moment wiege oh man oh man gut ihr könnt mich halt umgucken zerstört schalte in japanische träger aus der störe wir haben zwar den zerstörer wie ich es mache denke mal würde ich jetzt mal sagen oder behaupten das ist scheißegal dass wir es halt aber so häufig hier spielen müssen juli 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 habe ich ehrlich gesagt jetzt nicht so auf dem schirm gehabt aber nichtsdestotrotz wir sind gerade echt gut im antrag